Was sehen Sie? Ihre Tochter? Im Park? Ich war abgelenkt. Nur für einen Moment. Arbeit? Denken Sie, ich bin bereit für den Dienst? Was glauben Sie? Das hält mich wenigstens bei Verstand. Was steht an? Ich möchte einen Überfall melden. Findet der Überfall gerade statt? Heute. Der Kerl da auf der Bank. Haben Sie Feuer? Der führt was im Schilder. Ist ziemlich heiß heute. Brütend heiß. So heiß. Es ist brütend heiß. Es gibt ein Schließfach. Darum geht das? Nummer 23. Dad? Hände hoch! Aber ich bin der falsche Mann. Wo ist sie? Ich weiß, der Hinweis auf die Bank kam von Ihnen. Wer zum Teufel sind Sie? Was bringt vier völlig Fremde dazu, aus heiterem Himmel eine Bank zu überfallen? Haben Sie schon mal was von dem Konzept der Hypnotics gehört? Hypnotics? Hypnotics haben die Fähigkeit, das Gehirn zu beeinflussen. Geräusche. Stimme. Brauchen Sie Feuer? Blicke. Dadurch bringen Hypnotics Menschen dazu, eine Version der Welt zu sehen, die nicht existiert. Mix? Er ist nicht mehr er selbst. Mix, stopp! Ich will alles wissen. Wieso ich? Wieso meine Tochter? Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Was Sie sehen, ist nicht real. Verschwindet! Hypnotics, lassen Sie Dinge sehen und tun, die sich... ...absolut normal anfühlen.